Hi Freunde und herzlich willkommen, hier war Archie Gaming, Flo will am Start, heute mit dem 99 Uhr Content, es ist Samstag, es ist kurz 99 Uhr und wir wollen uns heute gemeinsam und zwar um die 84 bei 5er SBC kümmern, ein Upgrade SBC, die hier am Start ist, wir gehen rein wieder in die tägliche Fantasy FC Challenge und wir gucken uns an, was ist mit Ricardo Carvalho, lohnt sich die SBC, ja oder nein, aber Hauptaugenmerk natürlich auf den 84 bei 5er Upgrades, also lasst uns reingehen, wir gehen in mehrere Packs, bleibt gerne bis zum Ende dran und dann mit rein und zwar ins Video, let's go! Bevor wir einsteigen, das Ganze vergesst nicht, Liebe dazulassen, nehmt euch kurz eine Sekunde Zeit, Daumen nach oben da lasst, das wird mich extrem unterstützen, auch gerne kostenlosen Abo da lasst, auch das wird mich extrem unterstützen, Freunde, wird sehr unterschätzt und gerne auch für den Algorithmus einen Kommentar hinterlassen, um den zu supporten, also knallt gerne was in die Kommentare, Freunde, wie eure Meinung zur 84 bei 5er etc. zum generellen SBC Content natürlich ist. Ja, Freunde, damit starten wir erstmal auf ganz entspannte Weise mit der tägliche Fantasy FC Challenge und wir wundern euch jetzt, warum ist denn hier die 80 Plus Player Pick mit am Start? Da kann ich schon mal sagen, werden wir morgen ein Bonus Video zum Mittag bringen, also 13 Uhr hier auf dem Hauptkanal, werden wir 100 Mal 80 Plus Player Picks öffnen, kommt da sehr gerne vorbei. Aber jetzt erstmal die tägliche Fantasy FC Challenge, da holen wir uns natürlich wieder das Tradeable Pack, wie wir es kennen, heute sind wir reingegangen und zwar in die Serie A, zack, geben die Spieler, die wir eben vorhin haben, einmal ganz easy peasy ab, tägliche FC Challenge, damit abgehakt und das sollte ich auf jeden Fall auch mitnehmen. Dann haben wir die 84 bei 5er, Achtung, dreimal wiederholbar am Start, ja, und da eben jetzt eine Woche komplett das ganze Ding am Start. Ja, was bekommen wir? 84 bei 5er, bekommen wir zurück, okay, aber abgeben, wie sieht es da aus? Wir haben 82er Gradient Squad und Team of the Week und da stellt sich natürlich die Frage, okay, lohnt sich diese SBC eigentlich? Und wenn wir mal zu den Upgrades gehen, da sehen wir hier die ganzen normalen Upgrades, ja, 84 bei 5er, Team of the Week, 82 Upgrade, okay, nicht so nice und wir sehen eben keine 83 bei 10er mehr. Das heißt, wir haben jetzt hier eigentlich eine gute Möglichkeit, das ist jetzt meine Meinung, ich bin gespannt auf eure Meinung, für relativ wenig, ja, äh, tatsächlich ein 84 bei 5er Pack in Sicht zu sichern. Und deshalb werden wir jetzt gemeinsam auch kurz reingehen, das machen und dann mit dem ersten rein starten. So, Freunde, da war das erste 84 bei 5er Pack am Start, aber wir gucken direkt schon mal, was ist drin? Was haben wir im ersten? Es ist Portugal, es ist IV, oh, yes, Doppel, jawollo, 89er rum, Dias, let's go, das ist doch schon mal ein guter Start. Und da können wir uns gleich auf die weiteren Packs freuen, rum, nein, einfach gay noch mit dabei, lol. Und dahinter könnte ja jetzt wirklich was sein, wenn es Doppelworkout ist, noch was Blaues. In dem Fall leider aber nicht. Aber Holbrock, Martinez und noch Zinsberger mit dabei, ja, voll, das nenne ich mal, 10 von 10. Rein in die nächsten. So, Freunde, bevor wir weitermachen, natürlich mit den Packs, kommen wir jetzt erstmal zu der Spieler-ASPC von heute, das Riccardo Carvalho, den wir hier am Start haben. Für zwei Wochen fünf Segmente, die wir abgeben müssen, eine 90er-Grate-E4-Karte. Und hier nochmal gerne die Erinnerung, natürlich, dass das eine Live-Karte ist, das bitte erstmal nicht vergessen. 85er Team of the Week, 86er Normal, 87er im Premier League-Spieler, 88er Normal und dann nochmal 89er obendrauf. Dafür bekommen wir unter anderem hier ein seltenes Pro-Pack, weitere kleine, feine Packs natürlich mit dabei. Und dann eine Carvalho-Karte, die auf eine 92 sich doch eben hochziehen kann, wohlgemerkt kann, ja, nicht unbedingt muss. Gering hohe Arbeitsraten, 1,83 Körpergröße, IV, Hero, Premier League, Portugal offensichtlich. So, und dann haben wir 84er-Reaktion, sag ich euch ehrlich, ein Reaktions-Set, der eigentlich noch ein bisschen mau ist. Was ich geil finde, Tempo ist sehr, sehr ausgeglichen und wir haben halt hier die dicke Dev, ja. 92 Dev, das sieht halt richtig gut aus. Kurzer Pass und langer Pass, was ein Innenverteidiger braucht und basiert eben auf der Form von Chelsea. Das ist auch wichtig zu wissen und hier die zwei Aufgaben heißt, also der Verein gewinnt eben die, oder gewinnt zwei Spiele in den nächsten vier Partien, ja. Ein weiteres Upgrade und ein weiteres Upgrade würde er bekommen, wenn eben dieser Verein in den nächsten vier Spielen elf Tore erzielt. Also das eine oder andere schon sehr realistisch. Das Geile und das 10-vor-10-Ding bei ihm ist halt hier Antizipation Plus als Playstyle Plus und in der Luft Playstyle Plus. Das ist definitiv, ja, key. Das ist sehr, sehr big. Also das ist nicht irgendwie so ein bisschen was, sondern die zwei Playstyle Plus, das ist wirklich extrem attraktiv. Und da muss man sich echt überlegen, geht man da vielleicht rein? Dem einen oder anderen wird es zu teuer sein, dem anderen vielleicht nicht. Wir werden gleich mal reingehen bei Footbin, das Ganze auf jeden Fall vergleichen, vielleicht auch mit anderen Innenverteidigern. Und das wird auf jeden Fall sehr interessant. Ja, wo wir jetzt rausgehen aus den SBCs. Ich will euch kurz zeigen, wie es mit dem Mini-Release heute aussieht. Da haben wir nämlich drei neue Kandidaten mit am Start. Habt ihr vielleicht am Loading Screen schon gesehen. Unter meiner Facecam seht ihr direkt Gündogan einmal mit dabei. Und dann haben wir in der unteren Reihe, haben wir Orban und eben Petro Porro mit am Start. Ja, also das die drei Neuen im Mini-Release, Caballo in den SBCs. Heute auch wieder eine neue Evo, wie wir das erkennen. Freitag und Samstag, im Normalfall eine neue Evo. Kommen wir gleich zu. Erstmal jetzt ein ganz wichtiger Punkt. Tatsächlich, ich habe die Frage sehr häufig bekommen. Wahrscheinlich jetzt schon vier, fünf Mal wieder reingestellt bekommen. Die Frage in den Kommentaren. Denn im Live-Segment, Freunde, da gibt es ja diesen Fantasy FC Bonus Cup. Ja, und das Ding ist folgendes. Und wenn ihr den normalen Fantasy FC Cup noch nicht ready gemacht habt, also ich gehe kurz runter mit euch, das ist dieser Cup. Fantasy FC Cup. Wenn ihr den noch nicht komplettiert habt, dann könnt ihr auch noch nicht die Bonusaufgabe ready to go machen. Ich bin jetzt heute reingegangen, einmal das ganze Ding abgeschlossen. Fünf Mal muss man es ja abschließen. Man kann es also einmal quasi vergessen. Wichtig ist aber, und das ist key, Freunde, deshalb heißt es Bonus Cup, dass wir wirklich erst den Cup ready machen. Und dann gibt es quasi als Bonus, wenn man den Cup an sich schon fällig hat, also das, was ich hier unten schon ready to go habe. Wenn das hier grün ist, 19 von 19, ready to go, Freunde, dann könnt ihr mit dem Bonus Cup starten. Ja, das haben gestern ganz viele reingeschreibt. Bei mir geht das nicht, bei mir zählen die Games nicht und so weiter und so fort. Es liegt eben daran, dass ihr den Cup noch nicht beendet habt. Ganz wichtig zu sagen, ich habe schon überlegt, mache ich ein separates Video oder nicht. Aber da habe ich gedacht, komm, ich mache erst mal das Evo-Video. Heute um 13 Uhr online gegangen. Und dann sage ich das so am Abend einfach euch noch mal im Video. Weil das ist wirklich an den einen oder anderen vorbeigegangen. Und das ist auf jeden Fall die Lösung in Bezug auf die Fantasy FC Cup Bonus Komplettpaket-Geschichte. Beziehungsweise hier die Fantasy FC Cup Bonus-Geschichte. Ja, wisst ihr da auf jeden Fall schon mal Bescheid, dass ihr da nichts mehr falsch machen könnt. Ja, ist sonst irgendwas Neues gekommen? Sieht erstmal grundsätzlich nicht danach aus. Seasonal, auch nichts Neues, Meilenstein. Ja, also im Endeffekt hier grundsätzlich nichts Neues. Können wir also da schon mal einen Haken hinter machen. Dann gehen wir in den Shop und gehen jetzt in die Packs, würde ich sagen, an dieser Stelle. Kane habe ich jetzt in der Tauschvorgang-SPC mal eben abgegeben sozusagen, dass wir den direkt wieder quasi in Feind knallen können und nicht großartig jetzt noch eine SPC-Ready machen müssen auf Krampf. Premium-Gold-Probe-Pack machen wir da weiter. Und dann hoffen wir mal, dass wir ähnlich. Gestern hatten wir ja extrem Pack-Luck. Im Pack-Opening muss man an der Stelle sagen, dass wir ähnliches Pack-Luck auch heute haben. Machen wir das eine oder andere Pack auf und dann gucken wir einfach mal. Transferliste ist jetzt auch wieder fast voll. Dann hören wir natürlich auf. Nehmen wir hier mal die 81-Doppel-Packs mit. Und es ist Holland. Es ist ZOM. Okay, ist das die Frau? Maybe. Nee, Perku. Okay, mit 2,81 habe ich tatsächlich nicht gerechnet. Die Hoffnung war definitiv auf höher gerateten. Aber dann sind die mal eben weg. Zack, überspringen. Spain gleich Payne, wie wir es kennen. Zack, 82er und 81er. Wieder beide tradable. Okay, was will uns ihr damit sagen? Und dann gehen wir mal kurz ins Pack-Segment. Denn ist da was Neues? Okay, wieder die überteuerten, maximal überteuerten Packs. Pro-Packs genauso. Also 40k-Pack bis hier. Ah, ja, 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 ja. Noch nicht mal ordentlich sortiert. Vorrat. Packs für dich. Klassische Packs. Nehmen wir das Preble-Pack mit. Nicht vergessen zu öffnen. Da kann mal was Gutes drin sein. Also haben wir alles schon gesehen. Zack, zack, zack. Ah, nichts Besonderes. Aber nicht vergessen, das natürlich auch Daily. Mit so einem nächstes 81-Double-Pack. Der nächste Skip. Es ist Portugal again, wie vorhin. Und diesmal wird's... Oh, okay. Hä, was ist denn hier los? Es wird dann wieder Portugal-Walkout. Diesmal Bernardo-Silver. LOL. GG. Also eine blaue Karte ist es noch nicht geworden. Aber direkt der nächste Walkout. Das sehen wir natürlich sehr, sehr gerne. Und dafür muss man natürlich auch ein 84x5er-Pack öffnen. So kann's doch gerne weitergehen. Also das auf jeden Fall machen wir jetzt direkt. Das nächste Skip-Pack. Spanien wieder. Spanien und Portugal wechseln sich jetzt ab. So ein Ding ist das. Ja, das hier der Klassiker. Ich lese es. Leider Untraids. Komm, die können wir kurz diskaden. Next one. 83x10er. Oh, ich hab noch ein 83x10er-Pack ready gemacht. Okay. Das muss ich wohl vergessen haben. Dann öffnen wir das. Ja, stimmt. Ich hab heute das ready gemacht. Stimmt. Aber jetzt, woher es sagt. Vorhin dann öffnen wir das gerade, bevor wir gleich weitermachen. Und Abfahrt. Let's go. Was wird's? Portugal schon wieder. Ey, die wechseln sich ab. Auch lange nicht mehr gezogen. Cancelo. Lang nicht mehr gezogen. Leider nur ein Walkout. Portugal und Spanien wechseln sich auf jeden Fall hier ab. Ciao, Cancelo. Glaub ich tatsächlich noch, Trailblau im Verein zu haben. Oh, und den Informer haben wir auf jeden Fall schon mal zurück. Raul Al-Bentosa. 85er, 84er. Ja, damit können wir tatsächlich sehr gut leben, Freunde. Und damit machen wir doch mal gerade weiter und gehen rüber, und zwar hier auf folgendes Screen. Und da zeige ich euch mal kurz, worum es denn bei der Evo geht. Und zwar hier. Das ist, wenn ich die Down the Right Side, wie es im Englischen heißt, für 500 FC Points oder 100.000 Coins. Und die Frage natürlich, lohnt sich das Ganze? Zur Auswahl über eine Million. Wir haben drei Level, das verfügbar. Und Expires 23. März. Ja, und da können wir doch mal kurz reingehen. Legible Players, wer da so mit dabei ist. Und da sind ein paar interessante Karten da mit dabei. Spina Solar, Mbabu, Dumfries ist mit dabei. Und ich kann mal gerade mit euch gemeinsam gucken, wir uns doch mal kurz einmal bei mir auf der Road to Glory ran, wie das Ganze dann aussieht in Bezug auf die Evo. Dann haben wir das nämlich auch abgehakt. Also zack, gehen wir kurz zu den Evolutions. Und da zeige ich euch, wie es doch aussieht. Also rechte Außenbahn. Da haben wir Mbabu als Beispiel. Dann hoch eben ein Plus 4 auf die 89. Wieder ein Rechtsverteidiger. Und da heißt es, gönne eben einem deiner Rechtsverteidiger-Profis einen ausgewogenen Boost. Alle Attribute. Inklusive einem Schwanenfuß-Boost und unerbittlich Playstyle Plus. Ja, das ist auf jeden Fall sehr, sehr nice. Freischaltung in 20 Tagen und läuft ab eben in 27 Tagen. Ein Schuss, ein Passspiel, ein Dribbling, ein Defensiv, ein Physis. Ja, Level 2. Dann auch ähnlich, Passspiel plus 2 in dem Fall. Und dann hier bei Level 3 das wichtige. 3 Tempo, 2 Dribbling, ein Def, ein Schwanenfuß-Upgrade und unerbittlich Playstyle Plus. Also das lässt sich auf jeden Fall sehen. Die Frage, lohnt sich das für die einen oder anderen Coins? Und wir hätten jetzt in dem Fall ein Beispiel. Hier zum Beispiel auch ein Mbabu, den wir nehmen könnten auf der Road to Glory. Dumpfries ist auch eine Option. Auch sehr attraktiv, muss man an der Stelle sagen. Hakimi, die normale Karte, passt mit rein. Wir haben ja unter meiner Facecam Wear am Start. Frankowski, die würden natürlich dann diese Radioactive-Geschichte verlieren. Ja, aber hier seht ihr schon, dass da auf jeden Fall einige bekannte Rechtsverträger mit dabei sind. Ja, die wir auch quasi for free bekommen haben, durch die Objectives. Also wäre auf jeden Fall tatsächlich eine Option, da reinzugehen. Wenn man sagt, ja, die 100.000 Münzen oder 500 FC Points lohnen sich. Ja, vielleicht werden wir das morgen nochmal on Detail bequatschen. Aber wie gesagt, kann ich euch nicht versprechen, weil wir das 80 Plus Player Pink Ding am Start haben. Lasst uns weitermachen. Ihr seht, einige Top-Kandidaten wirklich mit dabei. Das muss man an der Stelle wirklich sagen. Das ist wirklich eine 10 vor 10. Ja, da sind echt Geile mit dabei. Ja, wir können direkt mal gerade reingehen. Und zwar hier zu den SBCs. Nochmal der Überblick für euch. Also da haben wir Carvalho und 84 bei 5er Pack. 40k, ganz ehrlich, das ist ein super Preis für das Pack. Dann haben wir Carvalho für echt saftig 680k. Ja, gut, es ist eine Craftable SBC. Und mit den zwei Plays als Plus ist es halt wirklich extrem geil. Muss ich echt sagen, Freunde. Muss ich ernsthaft sagen euch. Und ich glaube, wenn mich nicht alles täuscht. Ja, tatsächlich, Antritt und Spritgeschwindigkeit über 90 dann. Mit dem Shadow. Gut, 98 Dev dann am Start. Spricht auch für sich. Aber die zwei Plays als Plus, die machen es halt absolut aus. Das ist halt maximal attraktiv. Also das ist wirklich sehr, 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 sehr gut, was wir da am Start haben. Gündogan, Poro und Orban gucken uns kurz den Mini-Release an. Und wir können auch hier schon mal kurz Popular Evolutions einmal reingehen. Also das sind natürlich die klassischen Hakimi für den PSG-Link. Dumfries, Holland und natürlich auch den Interlink, den man mag. Spieler Solar mit dann 5-Star, 5-Star sowieso. No-Brainer. Ja. Dann haben wir natürlich auch wieder Walker mit dabei. Auch wenn er nur seine 3-3 hat. Orente auch wieder so ein klasse Klassiker. Where, wie gesagt, würde ich eher ausklammern. Augsburg-Fans freuen sich über den Mbappo beispielsweise. Ja. Also da würde ich auf jeden Fall überlegen, wenn ihr Bock habt, definitiv reinzugehen. Die Frage, geht mal auch im Lieblingsverein, wahrscheinlich. Ja. Und dann einfach überlegen, was man machen will. Gündogan ist draußen. Oh, auch mit zwei Pläser. Finesse und Antizipation. Oha. Okay. Stand jetzt ein Plus-1. Pace ein Plus-9. Wow. Wow. Der wird definitiv mindestens zwei Upgrades safe kriegen. Der wird auf die 91 mindestens hochgehen. Da bin ich mir jetzt fast sicher. Genauso wie bei Poro. Wer hat übrigens heute getroffen, habe ich eben gelesen. Also da lohnt sich immer noch. Die SBC ist ja 6 oder 5 Tage noch da. Ja, eine ganze Woche so gefühlt. Boah, auch ein richtig ausgeglichenes Upgrade. Von der 81 plus 8 Pace, 7 Schuss. Forster, Forster. Wir haben Spanien, wir haben Premier League. Nicht schlecht. Und dann haben wir Orban als Innenverteidiger. 88er Reactions. Und da sehen wir das, was bei, bei, ähm, hier, bei Cavallo auch sozusagen, der in Anführungsstrichen Win ist. Die Dribbling-Stats. Im Verhältnis jetzt mal zu so einem Orban, was eigentlich normal ist, auch bei Innenverteidigern oft, sagen wir mal so, der Dribbling-Stat. Bis auf Reactions, eigentlich gar nicht mal so geil. Und er hat halt im Endeffekt auch Dribbling am Start. Also der sieht echt mit dem Shadow richtig, richtig gut aus. Fast auch schon gut, dass ZD-App tatsächlich so ausgeglichen, wer da mit den Dribbling-Stats ist. Müsst man mal überlegen. Müsst man tatsächlich mal überlegen. Aber wir können es mal gerade nochmal resetten. Von der 88er 6-Pace-Upgrade. Wow. Und überlegt euch, Freunde. Wir hatten hier Antizipation-Playstyle-Plus drauf. Vier insgesamt. Gut, hier hätten wir jetzt hier theoretisch auf Base-Heroe-Catch-Up machen können. Aber ja, mit 89 Reactions dann am Start. Aber das dann auch wieder relativ. Das müsst ihr, wie gesagt, dann entscheiden. Aber das ist nice. Also, wie gesagt, ich verstehe nicht, warum sie nicht mindestens auf 86 Reactions gleich geblieben ist. Wir haben 15 Dribbling-Boost. Zwei Reactions werden eben einfach weggezogen. Bisschen weird. Aber sonst echt ein saftiges Upgrade. Ist es so viel wert, die Frage. 600k ist schon ein Happen. Aber die Karte sieht wirklich gut aus. Und sie kann sich ja upgraden. Das dürft ihr nicht vergessen, ne? Boah. Schwierig. Bin ich mal sehr gespannt auf eure Meinung. Bin ich wirklich sehr, sehr, sehr gespannt auf eure Meinung. Und ich würde sagen, wir machen jetzt folgendes, Freunde. Und zwar gehen wir schön rein. Und zwar in die Upgrades. 4,8... Boah, guck mal. Pace. 25 Pace bei Orban. Wild. Das ist wirklich absolut wild. Aber lasst uns reingehen. Die nächsten 4,8x-Fürmer-Packs. Abfahrt. Let's go. So. Also, machen wir weiter mit den 4,8x-Fürmer-Packs, Freunde. Und ja, mir ist natürlich klar, in Bezug auf die Innenverteidigung, vielleicht habt ihr Company, vielleicht habt ihr Version von Daig eine geile Version auf der IV-Position und so weiter und so fort. Also da müsst ihr natürlich dann auch entscheiden, geht der da vielleicht rein oder eben nicht. Oder sagt ihr, komm, kann der ein oder andere vielleicht sogar, äh, ja, oder Carvalho kann den ein oder anderen überhaupt ersetzen. Das müsst ihr am Ende des Tages selber entscheiden. Das kann ich nicht für euch entscheiden. Am besten vergleicht ihr dann selber eure jetzigen EVs eben mit der neuen Carvalho-Karte und überlegt, lohnt sich das, in die SBC reinzugehen oder eben nicht. So, 4,8x-Fürmer-Packs heißt es aber jetzt. Und, come on, da geht's auch endlich auf. Perfekt. Ich weiß nicht, warum es so lange gewartet hat, aber da ist der Blaue. Ah, jetzt mal zieht sie immer wieder. Oh, wait, what? Warte mal. Doch. Es ist Pascara. Aber war das jetzt doch... Moment. Moment. Wen haben wir denn da noch mit drin? Oh, das Basic-Futter. Ach, nee. 4,4, aber es ist ja gut. Es ist ja immer noch gut. Also, dass wir zumindest mal Blau daraus gezogen haben. Es ist ja wirklich günstig. Das muss man wirklich festhalten. Das stellt mich jetzt gerne noch mal sagen. Diese SBC ist wirklich unfassbar günstig. 40.000 Münzen, Freunde. Das sollte man auf jeden Fall versuchen. Aber die gefühlte nächste Pascara, die zieht man gefühlt immer. Also hier im Twitch-Chat wird auch schon heiß diskutiert. Der eine schreibt, ich habe Cavalio jetzt schon abgeschlossen. Der andere sagt, ja, bin ich mir nicht sicher. Jetzt Torwart. Jawohl. Kommt zwei. Ja. Donnarumma mit. Ah ja, Hegerberg. Hey, Freunde. Ohne Witz. Die 84 x 5er. Absolut. 10 von 10. Oh my God, Lord. Noch mit Kroos mit dabei. Wilde Nummer. Und vor allem kein Duplikat. Sehr geil. So, hier haben wir die nächsten 84 x 5er Packs. Jetzt wieder. Oh, ich dachte schon. Aber wieder zwei mit Barrier und wieder Hegerberg. Es ist Aussie, man. Die Doppel-Serie-A-Geschichte am Start. Oh, ein Mammusch ist dabei. Let's go. Der nächste Blaue. Den hat er noch nicht. Sehr, sehr geil. Natürlich aktuell noch Discard. Müssen wir darauf hoffen, dass er sich weiter upgradet. Sehr nice. Pack Nummer 2. Stand jetzt noch kein Blauen. Portugal. ZM. Oh, wieder ein Silver. Diesmal ein alleiniger Walkout. Haben wir 85er Fantasy? Gerade mal überlegen. Glaub nicht, oder? Haben wir 85er Fantasy Player? Kader. Kader. Fantasy 2. Nee, haben wir nicht. Gut. So, jetzt ZM. Sehr nice. Und wieder ein Kante. Wieder der Walkout. Also Walkout scheint auf jeden Fall garantiert. Und du kannst ja mit dem Futter dann auch direkt wieder was anfangen. So, zum Abschluss nochmal. Vielen Dank bei Firmware Pack auf meinem Account. Und dann schauen wir mal rein, Freunde. Also, wie gesagt, zu Kawairo SPC. Ich finde sie grundsätzlich eine gute SPC. Aber man muss eben einmal anschauen, wie sehen meine EVs aktuell aus? Ja, sind die gut, sind die schlecht? Und so weiter und so fort. Und sonst grundsätzlich, ich glaube, das stimmt immer zu, mit dem Spielziel auf jeden Fall. Sehr, sehr nice Geschichte. Gut, Chelsea. Upgrade, ja, nein. Kann man jetzt auch drüber philosophieren. Wird es das geben oder nicht? Aber ich würde mich jetzt persönlich erstmal auf die Werner SPC stürzen, weil die halt jetzt noch ein paar Tage da ist. Und man weiß, er bekommt auf jeden Fall schon mal seinen Plus-1-Upgrade. Ja? Also, starten wir rein. 84x5er Pack zum Abschluss, Freunde. Mit dem letzten 84x5er Pack. Und wer wird es? Es war ein Heubitz-Son. Da weiß man natürlich direkt Bescheid. Ist es einer? Sind es zwei? Es ist einer mit einem Son. Und wer ist hinten dran? Der Klassiker. Ja, Immobilier noch 85, der Rest 84er. Aber die kann ich natürlich jetzt direkt wieder recraften in die 84x5er. Die letzte für heute. Ja, das soll es für heute gewesen sein, Freunde. Ich hoffe, wir sehen uns morgen zu den 80x4er Pics um 13 Uhr. Und dann natürlich zu 19 Uhr Kondett auch morgen Abend wieder. Schaltet gerne ein. Aktiviert die Glocke. Und hier zwei weitere Videos von mir. Viel Spaß dabei. Euer Flo von Archie Gaming. Ciao, Leute.